Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Leavis Twitch 2. Letztes Mal haben wir weitergegangen mit der zweiten Episode. Hatten nicht so schöne Ereignisse, die Trüffel involvieren, deswegen schau dich da die Folge an. Und ja, wir haben aber jetzt Abschied genommen von dem Haus, in dem wir ein bisschen ausgeruht haben und halt verweilt haben und sind jetzt zu Piva Quick hingegangen. und sind jetzt eben direkt vor der Haustür unserer Großmutter, Großeltern, keine Ahnung. Wie gesagt, scheint das neben dem Mann zu sein von Captain Spirit und da haben wir nur eine ältere Dame gesehen, aber ich würde mal annehmen, dass auch ein Opa da ist. So, hallo, wie sind deine Enkelkinder? Was, wenn sie auf der Tüche sind? Nö, ich glaube, sie sind hier. Something. Ich werde etwas herausfinden. Ich glaube, sie ist unterwegs. Ja, voilà, da kommt etwas, okay. Ich würde sagen, noch einmal klingen, glaube ich, müssen wir nicht. Ich bin sorry, wir wollen keinen von... Bye, Grandpa. Hallo, Claire. Sean? Oh, mein. Ist das... Daniel? Mhm. Ich frage mich, ob die zwei wissen, was passiert ist mit... Mit... Mit ihrem Vater. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Verdammt. Also Sean, Daniel und... Verdammt. Wie heißt der Vater nochmal? Schönes, warmes Haus. Ich nehme aber mal, das sind die Großeltern von der Mutterseite aus. Wo ich mich doch immer gefragt habe, was passiert jetzt mit ihr? Wo die Mutter dran ist. ob das so eine Rachel, äh, also, äm... Äh, ne... Emberfamilien-Situation ist, oder ob das eher so... Ne Chloe, äh, oder so ne Pricefamilien-Situation ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Hey, ist es warm genug für Sie? Oh, ja. Es fühlt sich schön und schraubend. Ich habe Daniels ein Koff-Medicine gegeben, aber du musst du ihm besser beigert haben. Er könnte sein besser sein. Du bist glücklich. Steven, kann ich mit dir sprechen? Oh, verdammt. Ich bin so hungry, mein Bellen hört. Ich... erinnere mich. Ich fühle mich so wunderschön, hier zu sein. Es ist gut, hier zu sein. Endlich. Ich weiß es nicht. Es könnte in eine gute Richtung gehen. Es könnte auch wirklich brutal in die falsche Richtung gehen. Okay, sie reden über den Mord vom Polizisten. Wir sind schuldig. Sie schlafen in unserem Haus, neben uns. Aber wir fragen ihn einfach, was passiert. Und wir... ...ein wir etwas herausfinden. Okay, Steven. Oh, Gott. Okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich schon ausgefragt, ne? Oh ja, das sieht schon nach so Dings-Konfrontation aus. Gut, wie es geht's. Gut, wie es geht's. Gut, wie es geht's. Danke. Ich bin gut. Uh... Well... Sean, uh... Du willst zu sprechen über... Uh... The Polizisten uns ein paar Wochen vorhin. Sie suchen dich als... ...suspects... ...in ein Homicide? Ja. Jetzt... ...if du uns helfen willst, hast du... ...hörst du... ...die Polizistiker in Seattle? Äh... Verfluchter Schwachsinn ist... ...zu aggressiv. Ernsthaft auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich schwöre... ...ich nicht. Zu viel hat passiert, und... ...ich versuchen, es herauszufinden. Aber... ...und er tot. Er tot. Und jetzt ist er weg. Oh, liebk. Wir sind so entschuldig, was mit deinem Vater zu verstanden ist. Aber... ...wieso schüttest du, wenn du innozisch bist? Da. Um Daniel zu beschützen. Ich wollte nicht Daniel, den Vater zu sehen. So... ...ich fühlte ich, wie ich ihn beschützen musste. Ich verstehe. Aber... ...du weißt, die Polizei würde uns separieren. Möchtest du immer. Daniel würde in der Pfostenkirche enden. Ach... Du kannst nicht sicher sein, Sean. Auf jeden Fall... ...atmöglichst du hier... ...wennst du hier... ...wennst. Wir sind glücklich, dass du auch okay bist. Danke wenigstens das. Ich liebe mich zu denken, was könnte mit beiden von dir passieren. Du musst jetzt über langfristige Lösungen denken. Ich versuchte. Ich versuchte. Aber ich kann nicht alles machen. Also... ...was sind deine Pläne? Oder noch Mexiko. Gehen nach Mexiko? ...Portolobos. Das hat eine Familie. Sean. Und... ...ich kann nicht wegwerfen von der Art, wie... ...fugitives. Sie haben nichts gemacht. Wie kannst du nachzudenken auf deinen Bruder... ...wenn ihr beide wegwerfen von der Polizei? Sie zwei bleiben mit uns. Oh, Steven. Vielleicht sollten wir... Okay. 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 Hm. Und? Okay. Ja, okay. Ja, okay. Wir können wegwerfen. Wir können wegwerfen. Sie sind großartig. Oh, Sean. Du und Daniel bleiben hier. Zumindest, bis Daniel besser ist. Wir werden sehen, was nächstes passiert. Wahrscheinlich gehen wir dann weiter auf unserer Reise. Also, ich versuchte, du bist hungry. Ja. Let me fix you something. Okay. Wenigstens gut, dass wir jetzt ein bisschen hier ausruhen können. Das ist wenigstens gut. Meine Sorge ist einfach, dass irgendwas passiert, dass wir hier weggerissen werden von hier. Entweder weil die Polizei uns auffindet, ähm, entweder Auseinandersetzung zwischen den Großeltern und uns. Und dann? Wie fühlt du, Superwolf? Wie fühlt es sich? Wie fühlt es sich? Wie fühlt es sich? Es ist gut. Es ist gut. Und die Klinik? Es fühlt sich gut. Es fühlt sich gut? Es fühlt sich gut? Es fühlt sich gut? Ja. Es fühlt sich gut. Ich liebe diese Klinik. Danke, Grandma. Gut. Deine Temperatur ist gestorben. Ich bin viel besser jetzt. Du musst es trotzdem schnell nehmen. Wie ist es, wenn wir ein bisschen ein Wurzeln sagen und danke geben? Es ist wie eine Geschichte der Bedeutung, oder? Ja, das ist ein bisschen wie das. Ja. Aber die Geschichte kommt von... da unten. Der Schlauch. Also, sind wir bereit für ein Wurzeln? Okay? Ich weiß nicht. Ja, okay. Natürlich. Wir brauchen all die Hilfe, die wir bekommen. Kannst du fragen, Papa? Und Sean? Und Mushroom? Und du und Papa? Und, äh... alle anderen. Oh mein, du bist so süß. Dankeschön, Herr Herr, für die Sean und Daniel sicherlich und ruhig in unsere Haus. Zahre von Esteban und, äh... Mushroom. Bitte... Und, äh... Es ist so süß. Und, äh... Es ist so süß. Und, äh... Und, äh... Und, äh... und, äh... Oh, und... Danke nochmal, ne? Ja. Gute Nacht, Grandma. Können wir uns jetzt bewegen, noch ein bisschen, wenn wir uns direkt ins Bett schmeißen? Das fragst du mich. Wahrscheinlich direkt ins Bett schmeißen und sich direkt auflegen. Also, eigentlich spielt das Bier schon im Bett, also rein schweißen wir jetzt nicht. Oh, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und das Bett. Ich höre das. Plus, du riecht nicht mehr. Was auch. Ja. Ja. Claire scheint ziemlich kräftig. Ja. Und schön. Ich glaube, Steven ist auch. Ich hoffe, wir werden hier gut sein. Ich glaube, so. Und die wichtigste Sache ist, dass du Zeit für besser werden kannst. Sean? Ja. Wir sind in der alten Mäume? Nein, ich glaube, das ist nicht der. Nicht aus dem, was ich mich erinnere. Aber wir können es nicht. Können wir es morgen ausprobieren? Können wir es finden, was ihr? Warum? Warum würdest du das machen? Ich weiß nur nichts über sie. Daniel, ich verstehe. Ich weiß nicht. Aber wir müssen uns auf derzeit fokusieren, wo wir jetzt sind. Und wo wir weg sind. Mutter hat uns verlassen. Sie hat ihre Wahl gemacht. Wir werden uns machen. Wir müssen uns machen. Wir können nicht mehr zurückkommen. Weißt du, was ich meine? Dan... Ich denke... Ich denke... Hey, Mann. Du hast so großartig mit deinem... ... 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 Gute Frage. Das war es auch bei Max, glaube ich. Tut es weh? Es kann auch gut sein, dass er krank wurde. Angesichts, dass Max sie auch Konsequenzen hat, wie Nasenbluten und dass sie unmächtig wurde, wenn sie ihre Kräfte zu stark benutzt hat. Ich weiß, ich weiß. Nicht zeigen, nicht sprechen. Ja, normalerweise muss es mir dann okay sein, aber ich bezweifle, dass es so bleiben wird. Und Schwarzblinde. Was ist das? Ich kann mir gut vorstellen, dass Dings... Vielleicht ist auch das... Äh, die ganze Zeit ist krank, auch weil er halt die ganze Zeit nicht seine Kräfte benutzt hat. Weil bei Max gab es auch dafür Konsequenzen. Und es würde mich dementsprechend auch nicht wundern, wenn das gleich genau bei ihm auch passiert. Und wahrscheinlich auch später bei... Wie weiß noch mal, die Protagonistin von Livestinch 3... Alex, glaube ich, so wie es ist es ein. Da gibt es auch eine Konsequenz hier einmal, glaube ich. Biver Creek Eugen, eine Woche später. Höh! Entschuldigt. Okay, der ist schon weg. Hm, was war das? Ich nehme mal, jetzt können wir uns wahrscheinlich frei bewegen. Jep. Okay, bevor wir das nochmal machen... Will ich mal hier reinschauen. Also... Decke. Okay, und hier... Altes Buch. Habe ich in einem der Schlafzimmern gefunden. Jetzt habe ich eigentlich Zeit zu lesen. Okay. Dann haben wir hier Sachen von ihm. Alte Plane. Die Plane werden uns trocken halten, falls es unterwegs beginnt zu regnen oder zu schneien. Äh... Krokodilisk. Weltalltaurer. Viel zu kuselig. Definitiv. Und Weltflasch. Okay. Hier haben wir mehr von unserer Seite her. Äh... Seiten her. Dezember... 9. Dezember anscheinend sind wir jetzt. Okay. Okay, Haus der Reynolds. Da sind wir jetzt. Das war das verlassene Haus und wir sind jetzt hier unten. Okay. Okay. Vom 3. Dezember an bis jetzt zu... Keine Ahnung wie. Und hier waren wir vom... Anfang November. So vom 7. Dezember bis zum 2. Dezember da. Okay. Interessant zu sehen. Und Rhodes... Ja. Eben auch den 28. Oktober. Da hat uns eine Reise angefangen. Aber okay. Sehr, sehr cool gemacht eigentlich. Ähm... Pause im Hotel. Stimmt. Wir haben noch nicht eine Zeichnung gefunden bisher, glaube ich. Mann. Ich könnte all den Tag lang in diesem Bett. Ja. Das ist ein cooles Memento unserer... ...secretten Kabel in den Wald. Ja. Wahnsinn. Claire wollte sie ihr Kleid wegwerfen. Aber... Wir haben sie überzeugt, dass... ... mit einiges Pfeifen und Pfeifen... ... es genug wäre. Normalerweise schon. Ziehen wir das mal an. Sieht schon ein bisschen mehr zivilisiert dann an. Okay. Ich kann jetzt raus gehen. Aber bevor wir rausgehen schauen wir uns dann alles an. Das ist cool. Claire dug das für uns. Das ist echt süß. Das ist so ein Baller in seinem Suat. Steves Buch? Das... Das ist... ... ziemlich gut so far. Kate hat ja auch kein verborgener Mäuse. Ich habe immer Stephen in den Haaren und Trainbüchern. Das ist so. 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 Daniel sieht aus wie ein totaler Thug in seinen neuen Pajamas. Das ist so. 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 Awesome. Hör- ich weiß es nicht. Warum? Was ist denn hier noch nicht fertig? So jetzt ist es gut. Ja. Ohren-Schützer? Oh, scheinen aber so, als würden die hier gute, warm halten Ja, Daniel knows how to milk grandma for toys Good Und letzte go, ich glaub hier ist nix mehr Sean, finally Sean, are you awake? Yes Ich nehm mal, dass das der Großeltern Ja, aber wir werden die Passengerinnen wegschrauben Waschbecken, Gesicht, waschen, ich glaub das tut dem auch gut Oh, Mann Wie haben wir seit Wochen da mit keinem harten Wasser Ja, das passt Ich habe mich lieb, meine Tüte zu verbrechen Just wie Daniel Jetzt kann ich nicht genug Tüttpaste Ich sah ein paar Tüte in da, ein paar Nachts vor Ich fragte, ob es Clare's oder Steven's Keine Ahnung, gute Frage Wow Sie sollten uns auf Klauen für den Winter Sehr gut Und ich glaub hier haben wir jetzt nix Haltegriff Wer weiß, mit der Zeit schon Ja, okay Verstehe ich, aber ich mag das, wenn es so nid und tidy ist Ja, okay, das war ein verlassenes Haus Ist das, das von unserer grobe Mutter Ich hoffe, man kann da rein, ich will wirklich rausfinden Und die lebt noch, okay Ist irgendwas drin, nein, okay Ich habe es gebraucht Ich nehme allein, wahrscheinlich gibt es einen Schlüssel irgendwo im Haus Man kann den dann irgendwo bekommen Deswegen wird es mir wahrscheinlich nicht schaden, alles zu erkunden Die Frage ist, wo würde sie, würde man diesen Schlüssel verstecken? Okay, wir können mit der Landschaft ja nicht hinterhergehen, aber mit Steven Na dann, würde ich mal sagen, gehen wir nach unten und schauen uns mal da oben Also schauen wir mal einerseits hier Scheint nix zu sein Ja, okay, macht Sinn Okay, haben wir nix, da sitzt aber schon klar mit dem Frühstück Hier Steven doesn't like us in here, when he's away Okay Falten wir dann Äh, bemerken wir uns Hier ist die Toilette Hier ein schönes Aquarium Äh B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Okay, hier ist nix Okay, ich glaube, wir können mit gar nichts mehr fast interagieren Hallo Ja, okay, nach einem Monat da Ja, ja, einen Moment Ah, da ist es für dich dick Bist du dich schalten? Da ist er Ich komme gleich, äh, Großmutter, ich muss nur die Secrets finden Hier 100% rufen mich Äh, ich glaube, hier ist nix, aber Okay, dann wieder aufschalten Äh, hier war auch nix Schauen wir uns nochmal kurz in der Küche um Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas ist Okay, wir werden uns definitiv noch einmal nachher umschauen, weil ich kann gut vorstellen, dass es ganz viel freigeschaltet wird So, zusammenfrühstücken Daniel, Frühstück Oh, Wappeln Oh Ich habe sowieso Schokolade liegen und profitiere ich mal Ja, die verstehen sich gut, die beiden Brauchst du Hilfe? Du brauchst Hilfe oder Was? Oh, keine Angst Ich kann das in der Nacht Aber Danke für die Behandlung Alles klar, alles klar Alles klar Alles klar Die Kinder sind fertig zu spielen? Wir hatten eine Express-Bereich mit den Passagen Aber Die Entfernung broke Ja, muss man direkt nach der Werkstatt Gut Keine Tränen in der Küche, erinnerst du? Gotcha, Chief Ach, Zucker Hm, verbrannt Er kann seine Träne fixen, aber nicht meine Kuchen Oh, oh Eier? Ich habe genug gemacht? Alles okay? Es ist großartig Wie normal Du bist der beste Kuchen Es sieht aus wie man sich mit diesem neuen Land Leben in diesem neuen Land nachher Ja Ja Es ist schön, zu weit entfernen von alles Es fühlt sich, dass wir die einzigen hier sind Das ist genau warum wir es lieben Es fühlt sich sicher Unlike die große Stadt Ich verstehe Ich verstehe Ich mag es Es ist gut 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 Wenn ich irgendwann ein Haus bauen Auch irgendwo im Wald Einfach ganz ruhig Ganz weg von der Stadt Wir versuchen eine Hand Oder von ganz vielen Nachher Wir haben seine Frau Und Dinge haben hart auf ihn und seinem Sohn Er würde einfach verloren werden in Seattle Aber wir sind alle ihn hier Wie alt ist der Sohn? Ich denke er ist deine Zeit Oh Cool Okay Sie reden über den Nachbarn Beziehungsweise Quiz ist der Der Kapfen spürt seinen Vater Hm Ähm Oh Gott Ich dachte Steven war fast Hey Grandma Ich wollte dir etwas über diese 座te upstairs Ich sagte dir nichts zu sehen Warum warst du es heute Morgen? Weil es gibt viel und es ist okay und es ist nicht sicher für dich zu exploren okay Daniel Sprache Oh Du wirst sicher wie du besser bekommst etwas frische Ich warte für Sean und dann gehen wir Wir werden nicht Aber vorsichtig dass niemand dich sieht Bleib in der also ja gut es ist ein bisschen gefährlich jetzt so langsam Vielleicht solltest du ihm sagen, dass es Karin war Und vielleicht solltest du ihm sagen, dass es seine Mache Nein Es ist nur eine Wohnung jetzt, Sean Ja Aber das ist immer der Mutter Daniel muss es wissen braucht Er braucht nicht nichts über Er weiß aber seine Mutter ist nicht mehr mehr niemand geht in die Ruhe, okay? Ich bin sehr ob das etwas optional ist ist? Hat Mama oder ich kontaktiert? Nein Okay ich kann uns nicht so weil jetzt kannst du ganz gut vorstellen ja jetzt kommen es wird alles umschauen ist das interagieren er dann lädt sich hoch mit kohle krägern das herr die anscheinung nicht verschlacht der qualität zu sein so schau es mal hier um jahr prädestin von monja bergern hausarbeit steven saugen konnte ich aufhalten schublade repräsentieren äh schauen und den jährlich immer auf äh aufräumen schmutzige wäsche waschen und großeltern umarmen und klar alles andere ok ja gut mhm ok klär klärt keine ahnung klärt aufräumen klärt 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 Okay. Ich nehme das Schau mehr von nur rein und fertig. Ja, hab schon fast gedacht. Äh, jetzt schauen wir noch mal hier. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man hier vielleicht interagieren könnte. Ja, Notiz. Was ist das? Das ist immer klar. Ich kann nicht wirklich sagen, ob das so süß oder bossy ist. Äh, liebster Ehemann, falls du dir die Wäsche abwärtsfolge, bitte diesen einfachen Regeln. Weiß- und buntwäsche nicht mischen. Niemals. Benutze ein Bäcker, äh, Wäscherwaschmittel. Rote Schattel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sache ruinierst. Liebe, deine Frau. Ich glaube, es ist eine Mischung aus herrisch und, äh, dings liebevoll. Ich glaube, es ist da, äh, daraus besteht das Ganze. So, ich glaube, hier haben wir mehr nicht. Das heißt, ihr könnt wieder ausmachen. Ich hätte besser mit Steven und die Schlüssel bekommen. Ja, machen wir gleich. Was ist denn der Punkt, wenn man so viel Krocker hat? Was haben wir gebraucht? Oder wenn man mal Partys schmeiße, irgendwie. Jo. Übungsbuch. Brettspiel. Aber? Ja, aber es ist nix. Hol mir das mal auf. See it night, buddy. Hoffentlich, ich weiß es nicht mehr. Keiner weiß, was am Tag passiert. Ich würde sagen, wir schauen uns halt ein bisschen hier um. Für die Folge noch. Und dann, oh, das wird Konsequenzen für mich haben. Okay. Im Bursen, die wir sehen, nehme ich mal da. Also, wenn das negative Konsequenzen hat, dann schießt mir ins Bein. Bitte, mach's nicht. Klar, du kannst es ziemlich verdammt gut. Ja. Das vielleicht... Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt es früher von der Familie. Ich weiß nicht, wann Daniel wird wieder zurück in die Schule gehen. Keine Ahnung. Ich verstehe, warum sie ihre Stadt so sehr lieben. Es ist ziemlich süß. Äh, das hatten wir schon. Ihr vielleicht noch irgendwas? Nee. Hier können wir auch nicht interagieren. Oh, was haben wir hier? Okay. Das Thema, wo man rein kann, nur wenn er da ist. Machen wir gleich. Hold on. Äh, was? Ich würde niemals diesen Haar-Cut bekommen. So, Wahnsinn. Ich habe nicht gesehen, dass wir eigentliche Fische da sind, seitdem wir hier sind. Ich habe nicht gesehen, dass wir eigentliche Fische da sind? Never. Sorry für mich aufzunehmen, Sean. Ich... Ich fühle mich einfach nicht aufzunehmen, darüber zu sprechen. Ja, okay. Reden. Es ist okay, wirklich. Du bist nicht der Einzige, die Karen hat. Es ist... Es ist okay, wirklich. Ja. Wir müssen nicht. Reden. Hey. Claire. Was ist auf deinem Kopf, Sean? Oh Gott. Äh, was hast du mit Papa gehalten? Was hast du dir gedacht, Papa? Du kannst mir sagen. Ich werde nicht verletzen. Äh, dein Vater war... Er war seine eigene Person. Das ist es? Ich meine... Ich weiß, dass ihr euch wirklich nicht verletzt. Es ist nur... Nichts wie gehört, wahrscheinlich. Cristoban war sehr unterschiedlich von uns. Und er hat niemals einen einzigen Schritt, um zu ändern, um das zu ändern. Das klingt so. Er wollte nicht mehr, dass Dinge überraschieren. Fass mich. Ich weiß den typen. Aber er hat euch an seinen eigenen Jungen gegründet. Ich kann nicht mit dem argumentieren. Ja. Er hat uns für uns gegründet. Äh, Papas Bewertigung? Ja, stimmt. Was passiert damit? Do you know anything about Dad's funeral? There was a service. We couldn't make it in time. But we sent flowers. I'm sorry, Sean. It's okay. I'm sure I'll make sure, so I need to care of him. Hopefully, you can go visit him at some point. At some point? Yeah. How long have you and Stephen been married? Oh my... forever. But a good forever. Almost 40 years ago. That's more than twice my age. You both were married during Y2K. Thanks for making me feel even older. I assume you must have a girlfriend or... Not really. I'm not much of a... player. With all this going on, I... I don't even think about that stuff. Yeah, okay. I understand. I'm sorry, honey. It's not fair that you have to deal with all this. Things will change. I hope. What's the story with your neighbor? Charles? Oh, poor man used to be a basketball coach. Yep. But had to move out here after his wife's passing. He's got a job at the rail yard now and... Well... He's still recovering. Wow. I mean... That's sad. We tried to give him a hand. Ah well. Keep an eye on his drinking problem. His son Chris is a little angel though. Oh yeah. That is it. I think Daniel would be a good influence on him. He's got a great role model after all. Thanks. I'm trying my best. Well. Thanks, Claire. You are very welcome. Okay. It's always a pleasure to speak with my grandchildren. Yeah, it's always a pleasure to speak with my grandchildren. Here unten. Und dann nächstes Mal kümmern wir uns um die obere Ebene noch einmal. Weil dann werden wahrscheinlich auch paar Sachen dabei gekommen sein. Und dann werden wir mit Steven reden. So. So. You have a kickass set, but... You watch boring shows and cable news. Oh man. Can you imagine watching a slasher out here? Deep in the woods. No one around. No way. No way. Feeling of love. Passion princess. Escape to pleasure. Man. Does Claire read all these? Scheint so? Entspannen und zeichnen. Oh, here is the zeichnung. Okay. Hey. I want to be in your drawing. Hehehe. Er wusste es direkt. Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. Control the whole room. Good. I've looked in. I've looked in. So. You're so passionate. I'm not moving. Hope I look good. So. What? He's letting him play with firecrackers again. Cool. I think I'm ready to draw this. I'm not moving. Das klingt so, als hätte Chris wahrscheinlich gerade draußen mit dem Feuerwerk gespielt. Das haben wir auch in Dings, äh, gemacht. Äh, in Captain Spirit. Wir hatten Dings, ähm, äh, Feuerwerkskörper in den Schneemann gesteckt und dann, puff! Das hat mir gegen Ende vom letzten Jahr eben heute gespielt. Time to take the pen, dude. Yep. Und ich nehme am, jetzt... Könnten wir fertig werden? Wahrscheinlich jetzt noch ein letztes Mal. I'm not moving. Hope I look good. Hello? Sind wir fertig? Ich würde sagen, noch ein weiteres Mal wahrscheinlich, um, äh, alles zu kompletieren. Pretty good. But I can add more details if I want. Yep. Und dann sind wir wahrscheinlich fertig. Okay. Hope I look good. So, zack. I didn't memorize what I'm drawing. Okay, vielleicht noch mehr auf die Personen. I'm not moving. I've looked enough. Hope I look good. Time to draw now. Okay, und jetzt wahrscheinlich noch unseren Bruder. So, zack. I think I'm ready to draw this. I'm not moving. Hope I look good. Hope I look good. Das war's, oder? Yep. Nice. Okay. Okay. Äh, hier haben wir ein Buch, was wir aufräumen können. Sie versucht einen von Claire's Büchern gestern. Es ist beziehungsweise eine Tele-Novella mit alten alten Frauen. Okay. Es setzt einfach in uns. Oh, Hilfe! Ah! Ich bin glücklich, dass ich diese abgeholt habe. Es gibt mir etwas, was zu arbeiten, wenn sie alle die TV sehen. Oh, ja. Das kannst du dir gut vorstellen. Also, das haben wir uns schon angeschaut. Oh, das sieht gut aus. 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 Ich kann dir vorstellen, dass ich eine Person wäre, die die Dings einsammeln würde in der Zukunft. Oh, das sieht gut aus. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Äh, spielt zurück. Oh, jeez. Ich habe ihm gesagt, dass er seine Toys rund umgebracht hat. Sweetie. Kannst du nicht deine Fähne auf dem Kouch setzen? Äh, sorry. Ich hörte Claire, wir haben ein paar Songs gehört. Sie hat es gut aus. Sie sehen Reynolds und Kay Hoover. Okay. Äh, Reisefoto? Gute Frage. Ich kann ein Bild von Claire and Stephen als Weltraveller. Wie war das Bild von euch aus der Beach? Wir gingen in Hawaii, als Stephen hat er ausgetauscht. Oh. Hat es dir gefallen? Oh, das ist so cool. Ich kann dich super sehen. Hast du es lieb? Well, es war zu viel Paradeis für mich. Ich denke, Stephen könnte bleiben. Dad sagte, Porto Lobos war... ... wie ein großes Paradeis. Natürlich würde er. Hey, Flaschchip. Wir sehen. Das haben wir auch schon angeschaut. Hier haben wir auch schon angeschaut. Das hatten wir auch schon. Hier warten wir noch Weihnachts zurück. Dekorationen. Santa-Gringo-Axent. Wow. Schau an all diese Dekorationen. Das ist so cool. Und da haben wir das, äh... Baumhaus von Chris. So. Hier können wir nicht rein. Dann geben wir erst nächste Folge. Oh. Und das ist nix. Ähm... Behalten? Oh. Wir können das behalten, okay. Ist das vielleicht ein Dings, ein Accessoire? Ups. Das ist jetzt meins. Ist wahrscheinlich... hier jetzt. Ah, das ist das Dings. Haus der Großeltern. Äh... Warte, wo ist das? Das kann man sehen. Hier. Oh, hier kann... Man kann mit den Dings... Mit den, äh... Äh... Mit der Lokomotive kann man etwas machen. Okay, das machen wir dann, wenn wir jetzt, äh... nächstes Mal dann hier hochgehen. Also ja, dann, äh... Haben wir jetzt viele Kunden diese Folge. Aber wir haben auch... Wie ich halt ein gutes Verständnis mit den Großeltern, was sehr wichtig ist, weil... Ich glaube, desto besser die Beziehung ist, desto besser wird wahrscheinlich der Abschied auch von ihnen sein. Und ja. Can't believe it's already been a week since we got here. Und nächstes Mal werden wir dann noch einmal nach oben, äh, gehen. Schauen, was da so gibt. Wahrscheinlich ist heute erst das Wach für die Episode. Und dann wahrscheinlich auch mit Steven reden und schauen, für rauszukommen. Und wahrscheinlich dann die Bekanntschaft mit, äh, äh, Chris zu machen. Bzw. jetzt mit Captain Spirit. Aber, dann, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschööö.